Oh, der Hunger, der Hunger, der Hunger. Äh, wie sieht's mit der Farm aus? Kann man da schon mal drüber bauen, Mädeln? Ja, die lassen sich, glaub ich, nicht über 50% zwingen. Okay. Haben wir noch Äpfel oder irgendwas? Ich hab gar nichts mehr. Boah. Äh. Haben wir keine Silke-Wappens mehr oder so? Äh, wenn du die nicht halt verbraten hast. Also ich hab's ja eigentlich alle zusammengekocht. Ich hab hier noch 19 in der großen Kiste. Ja, dann koch die mal zusammen. Hier hast du ein bisschen Charko. Okay, danke. Okay, danke. Ich hab mir jetzt eigentlich noch da und hört noch nicht zu, oder? Moment. Da bin ich schon. Da bist du schon, okay. Wir nerven ja nicht mit unserem Geräte. Ich bin nur noch halb da. Okay. Wo ist die andere Hälfte? Die andere Hälfte hat echt Probleme, sich wachzuhalten. Eigentlich sitze ich hier mit geschlossenen Augen vorm Bildschirm, weil ich meine Augen nicht mehr richtig aufhalten kann. Okay. Nicht, weil ich unbedingt müde bin, sondern einfach nur, weil ich echt was tun müsste. Spiel doch mit uns. Und genau deswegen zog ich T-Worlds. Hä? Weil du dann immer was in die Griffel hast. Du hast immer was zu tun. T-Worlds ist nicht so anstrengend, dass du mit keinem mehr reden kannst, aber es ist auch so anstrengend, dass du wach bleibst davon. Also ich habe jetzt verdammt viel Ohr nochmal komplettes Set Iron und Perlen und keine Ahnung was. Mal Eisen, ja. Sieben Ingots haben wir da rausbekommen, schön. Sieben? Sieben Ingots, ja. Oh, einmal, bitte. Gib mir drei. Ich will unbedingt einen gescheiten Reimer. Ah ja. Du bist ja da. Kriegst du aber vier. Boah. Bist du heute netz. Ne. Was ist da los? Wieso? Das ist doch sonst nicht so. Hey. Dann hole ich dich. Wir haben ja ein Jahr lang nicht mehr voneinander gehört, ne? Oh, gut soll. Ich habe mich verändert. Oh mein Gott. Da kriegst ein bisschen Lava. Einfach rein. Gut, das heißt theoretisch können wir jetzt alles machen, was wir wollen. Ja. Wir können uns zum Expansion-Maschinen bauen. Das Ganze dann mit Magmatic Dynamo betreiben. Hui, da geht's steil runter. Da geht mal ein pinker Stein hin. Ah, wie süß. Ja, ich will hier den Crucible aufbauen. Okay. Einfacher. Und dann kommt da... Und dann kann man hier schön Korbel reinhauen. Hier brauche ich jetzt wirklich mal Redstone. Ich will das hier automatisieren, den Scheiß. Naja. Den kam aus Gravel, ne? Echt? Ich glaube schon. Beziehungsweise, du hast hier so einen Redstone-Brick abgebaut. Kann man den nicht irgendwie zurück umwandeln? Ich glaube nicht. Warte, lass mich gucken. Ne, der ist jetzt da. Wieso ist der hier? Mit einem Chisel. Ne, ich glaube, du kommst mal... Ne. Ne, schade. Also entweder wir holen uns eine Biene, die das kann, oder irgendwie... ...was das nicht in NEI steht. Hm, was denn? Weißt du ein Prozieren, oder wie? Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Warte mal, ein Blockbreaker? Braucht ihr überhaupt Redstone? Ja. Also, ein Schalter zumindest. Ja, aber auch für das Rezept, glaube ich. Ah, ne, warte mal. Igneos... Igneos Extruder? Ah, der braucht auch Redstone. Scheiße. Und der braucht Energie. Warte mal, vielleicht steht da hier irgendwas drin. Fluriduct, weil wir müssen eh Fluriduct machen. Using a Redstone-Signal... Ja, toll. Wohin kriegen wir das? Hm. Hm. Da brauchen wir Inver und ein Maschinen-Ding. Und auch Redstone. Was ist eigentlich mit Dust in the Wind? Lass uns mal Dust in the Wind machen. Hat man das nicht schon? Nee, das ist noch nicht ganz fertig. Wir brauchen Iron Ore Sand jetzt. Also, wir brauchen das kleine gehackte Zeug. Iron Ore Gravel. Iron Ore Sand. Ja. Äh, äh, das Eisen haben wir jetzt alles verbraten. Ja, okay, Ding. Machen wir halt schnell wieder. Wollen wir es denn durch Eisen sein? Oder kann das auch was anderes sein? Ich schätze, das kann auch was anderes sein. Lass uns das mal testen. Schade ist ja nichts. Nehmen wir Silber. Haben wir grad vier von. Ne, es muss Iron Ore. Ne, es muss Eisen sein, ja. Kacke. Wir brauchen Eisen. Jo. Äh, haben wir Kobbel? Ja, oder? Ja, wenn Frank grad was abbaut. Ich hab, hab, ne, grad nix mehr. Aber ich kann wieder abbauen. Äh, abbauen. Ja, mal schauen. Vielleicht reichen 10. Ich helf dir mal. Sand, ne? Ja. Also eins weiß ich. Bevor ich jetzt hier irgendwie komplett den Geist aufgebe, geh ich erstmal auf Kahn nochmal irgendwo, keine Ahnung, mich ein bisschen bewegen, mir noch irgendwas zum Wachmachen holen. Mhm. Viel Spaß. Weil, wenn man echt, wenn man nichts tut, wird man echt müde abends hier. Ja. Ja. Bis gleich. Abende so an sich. Bis gleich. Ja. Und? Ist so. Haben wir vier Eisen. Wir haben... Gar kein Eisen. Was? Ja, ist so. Oh, aber dafür habe ich Platin. Tin Hammer, Lead Hammer, Silber, Coco... Ja, guck, 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 waren das. Aluminium, Nickel und Copper. Also noch mehr. Hast du vielleicht noch den Iron Ore Gravel? Ich hab nur noch Iron Engels Ja, hier waren noch einige in der Kiste Ich mach die mal weg Ich mach nochmal 10 draus Oder 12 Gut Gut Ich benutze mal den Außen-Süfter Das sieht nach Eisen aus Ja, Crushs war ein Ohr Und Kaktus zusammen Okay Brauchen wir Kakteen? Ja Ok, ich hab 7 Crushed Iron Ich hab 1 Post kannst du gleich mitnehmen aus der Crafting Station Ok Jetzt brauchen wir Ore Dust Iron Ore Dust Ach, f*** dich Kann ich das Ding hier nicht nochmal klein hauen? Ah, das geht Was? Ja, das geht Ich hab den Sand klein hauen können Denn das Jo, ist fertig Wir können annehmen Schön, was nehmen wir denn da? Ich nehm die Mitte Goldene Mitte Frank? Bitte? Was nimmst du für ne Reward Bag? Dust in the Wind Ähm Dann nehm ich rechts Nehm ich links Oh gut, haha Und was ist drin? Uiuiui 16 TNT Ich wollte ein 3 Geil! TNT! Nein Ja! Bitte nicht platzieren Bitte nicht Was ist da was von? Ich hab Gras bekommen Und Fern Und Deadbush Und Cobweb Und 2 Blumen Also Aus denen kannst du Äh Kannst du Fischköder machen Mit dem Blumen? Sifter dahinter Ja Aus Blumen Und Den ganzen Gras Kannst du mit dem Ding hier hinten Fischköder machen Ja, geil So, 12 Leben haben wir wieder Schön Hier Achso, Beepait Ja, das nimmt dir alles weg Benutze aber mal eher das Gras Weil da kriegst du so Grashüpfer und so Mist, Moment Mist, okay Ach du Scheiß So, was denn das nächste? Wir brauchen Cards Die wir Manual Submitten müssen Moment, Moment Oh, Quicksilver Drops Gut, ich mein hier Die ein Äh, ne Nicht die ein Die Ingots Die kriegen wir ja schnell wieder hin Mit Gold Haben wir ein Ingots Ich glaube das mach ich eben Hä, was Was wir Machen Wir müssen auch eine Ingotscast machen Oder reicht das mal Reicht das, die wir im Inventar zu haben Reicht nicht Nein, die müssen wir einreichen So rum Okay Ja, aber Wir kriegen die wieder Wir brauchen nur noch Eine Pickaxe Äh, Ding Ja, ist ja gut So ein Pickaxe Kannst du ja machen Ja Mal eben schnell was Flint oder sowas Oder Stein Ja, ich hol mir grad ein bisschen Stein Kannst du übrigens noch wieder mehr Lava hier reinschaufeln Jo So, ähm Wo ist der Felskopf jetzt hin Warte, ich glaube ich hab den In Chester Hä, oh, jetzt haben wir zwei von Storm Oh, Gott Sorry Oh Mann Hier Hält So Hm, wo Achso, da Okay Das Gold ist auch gleich fertig Na komm Schmelz Schmelz Jo Das haben wir gleich wieder das nächste Genau Einmal so mit Tieren Cool Liquid Slime, Safari Net Brauchen wir beides nicht Also alle auf die Real Bag Jo Sicher, dass wir das Liquid Slime Zeug nicht brauchen Äh Wir haben doch einen Schleimsetzling, oder Frank? Hast du auch genommen? Die hab ich da hinten schon platziert, ja Okay Okay, dann nehm ich auch die Real Bag Ein Boden mit Federfall, okay Ich hab hier mal in den Chest für die ganzen Casts gemacht, ne Okay Wobei, eigentlich brauchen wir nur einen Set davon Die restlichen können wir wieder einschmelzen Ja Gerne Ähm Genau Revert Bag aufmachen Und was kriege ich? Vier Slime Zeuglings Äh 16 Amaranth Treppen Was? Amaranth? Ja Irgend so ein komisches Holz Da Was? Ist der Pink? Naja, das war ein sehr dunkles Pink Meinst du nicht auch? Ja, so ein lila Pink eben Kann ich dir nicht viel einschmelzen Oh, ich hab noch mehr bekommen Ich hab Amaranth Zeppling Blood Zeppling bekommen Irgendein Feather Falling 5 Boot Titan Wow Lava resistente Zepplings Hab ich bekommen Achso, das sind die Neta Bäume Cool Oh Ja Dann halt nicht Cool Wenn man rechts klickt Mit der Pickaxe macht Platziert das Blöcke Ja Das Genau das Was rechts neben der Pickaxe ist Boah, das ist ja cool Das wusste ich auch noch nicht Das kann aber jeder Team Grasp Cool Ein Biene Gut, was haben wir als nächstes? Das Automat Automat Activate Oh, der Mais, der ist gewachsen Der Mais sieht gut aus Ich nehm den mal Mhm Jo Gib Mais Nee, Korn Korn ist ja Mais Cool Kann man mit Butter mischen Und dann Lecker Essen machen Okay, ein Ork with Accumulator Als nächstes Popcorn Der ist doch glaube ich Recht einfach gewesen Naja Je nachdem was du an Resources hast Ist ja leicht Wir haben Zinn Gut, Dreadstone haben wir nicht Ich fress mal so ein Korn Mal gucken, wie viel das macht Okay Auch ein Halb wahrscheinlich Ein Halbes, ja Ist ja voll der Dreck Hier wurde doch alles auf ein Halb untergeschraubt Da lohnt es sich aber ehrlich gesagt Mehr Karotten anzubauen Weil Karotten geben Das Spring Ähm, es ist zu gut ausgeleucht Wir brauchen mehr Monster Ja, dann lass uns eine extra Plattform machen Oder so Dann machen wir das Ich mein, wir haben ja genügend Holz Mhm Jo, machen wir das Ähm Ich nehm trotzdem Slaps Oh oh, ich hab voll Hunger gerade Dann iss was Ich hab auch nix da Ich hab zwei Bananen Ich pflanze jetzt die Karotten an Die sind besser Nein Okay Ich beschleunige die mal ein bisschen Mit Viertelstück Bauen wir mal oder so Mal schauen Mobfarm, Mobfarm, Mobfarm Ja, die brauchen wir eh In der Mobfarm, die gescheite So, jetzt kann man da schon mal nicht mehr unterfallen Ja, ich überlege gerade wo Am besten Da oben Hm, wie was wo oben Genau über dir So ein Dropper, ein richtigen Mhm Aber so ein Dropper ist irgendwie nie was spannendes zum Bauen, ganz ehrlich Ja, es ist stinkt langweilig Eben Ist ja eigentlich schnell gebaut Naja Geht mir nirgend Holz und ich baust ihn Wo haben wir das ganze Holz überhaupt? Wieso hast du eigentlich ein leuchtendes Boot im Inventar, was ist das? Ein Boot mit Federfall, fünf Was? Warte, das könnte ich sogar gebrauchen Ich glaub, das nehm ich mit Was denn? Das Federfallboot, mal gucken ob das auch was bringt Ich spring mal vom Haus Hang mal davon, wenn du siehst Jens